Die sind einfach geil. Was ist geil? Oh, hier, guck mal, hier war eine Arne hier. Diese Dinger an der Decke sind geil. Ja, das ist richtig. Auf geht's. Was war das denn? Meine Granaten. Hast du? Nein! Nein! Nein, sag nicht du bist. Also nein, ich bin noch auf dem Rand. Ich wollte mich ins Gedränge stürzen. Hab nicht dran gedacht, dass da Lava ist. Aber ich hab's zum Glück noch geschafft. Da hat sich ganz andere Sachen gestürzt, wenn das passiert wäre. Ich find das so gut mit diesem Aufladeangriff. Ich find das so gut mit diesen Dinger von der Decke. Die zerfetzen die so. Und sie heißen einfach der Drescher. Ja. Ne, Pferdrescher. Ah, da drüben sind Agros-Schützen. Die greifen die Zwerge an. Ich hab's ja schon. Aber an Zwergen geht's gut. Jetzt sind wir ganz gut abgesichert. Wir kommen nicht so viel durch gerade. Wir kommen teilweise bis zu unserem richtigen Fallen da unten. Dieser Level ist gar nicht so schwer. Ne, solcher. Ich setze hier mal so ein paar von diesen Frostpfeilen. Dass meine Zwerge da ein bisschen draufballern können. Was? Geknechtet, um sie zu finden. Bekommen, um ihn zu finden. Dein einer Zwerg ist gestorben. Welcher, was, wo? Der auf der anderen, der zur anderen Seite guckt. Nein. Doch, ich hab neu einen hingesetzt. Ach so. Wie ist der denn gestorben? Durch die Armutsleute wahrscheinlich. Oh, diese Verdrescher sind so gut. Ja, vor allem die halten ein paar Sekunden an. Ja, das stimmt. Wenn da was nachkommt. Dann kommt die nächste Welle. Oh, stell das Ding. Das tut. Boah. Hayley! Extra Schädel war hier gerade. Warte, ich geh im da rüber kurz. Der ist gleich schon wieder tot, scheiße. ich übernehme ihn, ich hoffe ich habe ihn übernommen oh jetzt geben sie uns aber nochmal richtig quatsch nur gar nicht die Wunden haben oh alter oh der wurde getötet übernehme ihn nochmal, der ist nämlich gleich raus diese Dinger von der Decke sind so gut wir haben uns jetzt einmal den Arsch gerettet und jetzt was ist denn das da für eine ja 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 egal, ich starte es neu es wird schon wieder richtig laut ich habe auch schon überlegt mal eine neue Waffe zu nehmen kannst du das alles amulett nehmen, aber dann kannst du es nicht mehr übernehmen ja, deswegen habe ich es noch nicht gemacht mit der neuen Waffe ja dann soll ich nehmen das Amulett jetzt erstmal übernehmen ist nämlich ziemlich gut du solltest vielleicht auch mal in deine Waffe investieren habe ich, habe ich ich habe sie ja schon vorausgebaut ach so ok ich hebe meine dann solltest du sie auf keinen Fall ja man kann es ja wieder zurück ja man kann es ja wieder zurück suchen ne aber ich spare jetzt erstmal meine Schäbe ja obwohl eigentlich lohnt sich das ja nicht ne ja natürlich doch ich muss sparen weil ich will mir mal eine neue Waffe holen wenn ich die dann nicht aufwerten kann gleich dann obwohl ich könnte meine ich könnte ja alles ja zurücksetzen stimmt warte mal ich mach das mal Waffen dann nehme ich doch mal ich weiß nicht, ob ich den Vampirhandschuh nehme oder Ring der Blitze ich nehme mal den Ring der Blitze ich nehme mal den Ring der Blitze ich nehme mal den Ring der Blitze ist alles gesperrt wieso ist denn alles gesperrt wieso kann ich achso ich muss erst kaufen Das ist... Ist das schon sinnvoll? So, jetzt ist der Fall ausgebaut. Okay, und dann nehme ich wieder Eisfalle. Oh, okay. Okay, ich bin so weit. Oder nee, warte mal. Fein. Eisfalle konnte man nicht... Nee, doch nicht. Okay. Ich bin bereit. Ich bin soweit. Ja, warte. Ich kann nicht mehr warte. Doch. Doch, kannst du. Ich nehme übrigens diesmal ein Pläckler auf, nicht mehr mit Fraps. Zum einen macht sich das deutlich in der Framerate bemerkbar, zum anderen ist es... Ich weiß nicht, es ist einfach schnittiger damit. Schnittiger. Ja, die Dateien sind... Es läuft einfach besser, die Dateien sind nicht so groß. Und mit MKI-Merch kann ich auch... Oder MKV-Merch... Kann ich die Dateien auch alle 20 Minuten schnippeln. Und dass ich großartig was machen muss. Ist schon ganz gut. Und wenn, dann brauche ich einfach nur mit Sand-Break um gut ist. Sand-Break! Okay. Really? Durchgänge. Boah, das sieht mies aus. Das ist eine Tür. Ist am Anfang eine Tür. Am Ende drei. Ach, siehste, die alte Waffe habe ich auch noch, Marcy. Achso. Also ich habe beide Waffen noch. Okay. Dann geht das ja. Ja, aber du kannst sie nur am Anfang austauschen. Du kannst sie aber nur am Anfang austauschen. Ja, ich nehme aber eine der zwei anderen Waffen noch mit. Mal sehen. Eis-Amulett. Hm. Welches benutze ich denn mal gar nicht? Ich benutze ja die Stachelfalle gar nicht. Nämlich das Eis-Amulett-Ring der Blitze noch mit. Okay. Ja, du musst gegen den Troll, musst du, das ist ein neuer Gegner. Den du jetzt oben siehst, der, der umrandet ist. Aber der ist nämlich immun gegen Gift, aber anfällig gegen Blitz und Feuer. Ah. Dann nehme ich das auf jeden Fall mit. Also es sind am ersten Mal, es ist nur ein Ausgang, aber am Ende sind es drei. Ich würde sagen, wir machen wieder, wir machen wieder vor dem, wir machen wieder hier den Joke-Point. Wo? Ja, hier, wo wir jetzt stehen. Ja, es ist aber schon ziemlich eng am Ende, ne? Ja, aber. Wenn wir hier unten machen, kommen am Ende hier oben, ja? gleich die Gegner von hier oben. Ja. Das ist ein mieser Level. Oh. Wir können auch, ich weiß nicht, ob sie springt. Mit dem Shoke-Point ist an sich schon eine gute Idee. Du musst halt ihn hier machen. Mhm. Dann lasse ich diesmal aber die Zwerge weg. Und hier unten sitze ich dann erst einmal eine Fallen. So, okay. Okay, ich bin soweit. Hast du gerade meine Falle verkauft? Nee. Ich dachte schon, okay. Würde ich dann niemals machen, sowas. Naja. Oh, das Ding braucht ja richtig fett mal. Ja, das ist so hoch hier alles. Warte mal, nee, das brauche ich ja gar nicht. Am Anfang. Dann kommen die hier ja gar nicht lang. Die kommen ja hier lang. Äh, dann mache ich lieber hier schon. Sind deine Sachen nur so günstig, dass du so viel setzen kannst? Die Stachelfalle kostet 300. Achso, okay. Also, ich habe sogar noch Geld. Okay, also ich bin ja soweit. Ja, warte. Ich setze einfach noch ein paar Stachelfallen. Nee, ich setze mal eine Teerfallen. Also, ich habe jetzt bis jetzt nur die eine Frostfalle hier und sonst die Giftfeilen gesetzt, ne? Ja, das Problem ist, wir haben jetzt Tolle im Moment diesen Immungeing Gift. Achso, warte mal, dann verkaufe ich die wieder. Äh. Druck mal noch nicht drauf. Ja. Ach. Wenn wir die sowieso nicht brauchen, dann setze ich doch lieber nur die Dingsfeilen hier. Einfach um die Gegner richtig schon aufzuhalten, weißt du? Was ist denn das hier? Weißfalle. Okay. Warte, dann setze ich die alle hier, dass wir halt immer Zeit haben, ne? Bis die Gegner weiter können. Ja. Okay. Warte, dann mache ich das auch erstmal. Warte mal. Ich habe nämlich noch 1200. Dann setze mal, guck mal, dann machen wir hier mal noch irgendwas hin, wo ich stehe, weil ich hier nur eine Falle habe. Nee, hier kommt aber auch noch nichts. Ja, aber für später. Ja, aber wenn wir das Geld haben, für später kommen wir doch da. Okay. Ich komme erstmal hier durch. Mhm. Okay. Ähm. Okay, warte, ich kann noch. Okay, los geht's. Kommst du mit? Ja. Boah, das geht ja richtig ab. Ähm. Okay. Okay, die Sachen können uns in Ich hätte die Zwerge nicht mitnehmen sollen. Ja, ich habe meine auch mit. Andere Seite oben. Gut, dann kannst du eigentlich hier verkaufen. Ne, egal, das einfach für später. Die kommen jetzt von oben auch. Gehst du oben hoch? Dann gehe ich hier links. Hey, warum kommen die auch unten durch? Das ist unten, das Tor. Die kommen unten komplett. So, dann komm mit runter. Oh, das war gut. Die sind noch nicht da. Guck mal, wo die dann kommen. Komm mal oben und Achtung, Sales Murder. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Oh, scheiße. Oh, shit. Oh, shit. Ich hatte keine Chance gerade. Aber bis dann. Oh. Das war da. Nein. Wer hat gesagt, wie schnell diese Scheißgenolle sind. Das geht gar nicht. Oh, ich habe gesagt, wie schnell die Scheißgenolle sind. so ich habe einiges jetzt gemacht um das vorstoßen der gegner ein bisschen zu verlangsamen ich habe auch ich habe ein paar stachel fallen gesetzt und ein paar pfeile also wir sollten jetzt deutlich weniger schnell die angriff kriegen und überall liegen jetzt eiswein aus ok wir kommen nur rechts und links also hinten oh achtung es kommen ganz viele also mit armbrüsten aber um die kümmere ich mich hier auf der seite zumindest jedenfalls oben die ja eins habe ich übernommen ich muss mal zurück ich habe es gerade gar nicht gesehen Untertitelung des ZDF, 2020